hallo und herzlich willkommen zurück bei sons of the forest wo wir immer noch in der höhle sind die wir jetzt gern weiter erkunden möchten obwohl ich weiß nicht ob ich das möchte aber wir müssen ich sehe schon wieder freunde und ich höre musik die musik kommt nicht von mir die spiele ich ja nicht ein so diese nämlich blind die sehen uns nicht kommen das ist ein kleiner vorteil der hat uns mal gehört so egal okay wir können ihm nichts mehr abnehmen er so wir haben alles voll richtig wenn wir jetzt hier weitergehen da kommt auf jeden fall die musik her glaube ich was hier unten noch hingeht auf jeden fall kommt da jemand kommst du her ich komme ja nicht mal zum schlagen ganz toll kann ich rüstung rausschneiden oder ist das immer noch voll angeblich ist immer noch voll dann gucken wir noch mal 25 ich dachte man kann nur 10 rüstung tragen so ich glaube hier ist nichts mehr okay das ist ein dead end das ist eine kleine sackgasse flares haben wir noch gut dann muss man der musik nachgehen wenn ich den weg finde ach das radio hängt hier an der decke oh nein nicht wieder babys merkt euch das die werden garantiert nicht alle tot sein das haben garantiert welche überlebt oder ich muss mal gucken dass hier nicht noch was größeres rum springt das lebt auf jeden fall noch das hier auch ich hatte die kleinen dinger hier echt sind wir hier richtig oder sind wir von hier gekommen ich vergesse das immer das sieht halt alles gleich aus oh nee also hier waren wir auch nicht okay da hängt jemand lederjacke collected elektroschocker wir haben den taser oh hohoho oh oh alkohol haben wir auch voll äh was ist das äh was ist das warte mal was ist wo wo genau sind wir hier was ist das was da durch ich will es gar nicht wissen ich glaube wir wollen es gar nicht wissen so ist hier hinten noch irgendwas schönes kleines secret ein kleines sekret anscheinend nicht hier ist nur er hui hui spaß mit toten äh äh das heißt ich glaube wir müssen einmal komplett zurück aber da ging ja noch ein gang nach links ab glaube ich sag mal bitte nicht dass irgendwas respawned hat da kriege ich einen Anfall mal trink mal ein energy drink dann kriegen wir auch ein bisschen ausdauer wieder drauf die können wir gerade ganz gut gebrauchen aber warte mal wir versuchen mal nochmal ein fleisch zu grillen so ich hoffe es ist jetzt hier trocken genug dass es Herrn Forrest genehm ist ein feuer am laufen zu halten dass das scheiß feuer nicht wieder nach zwei sekunden ausgeht so dann können wir wieder mal ein fisch so was anderes als Fisch mag ich nicht naja in echt schon weil ich bin nicht unbedingt ein Fischesser alter willst du mich verarscht was ist denn mit den scheiß feuern los alter was ist denn das ey ist das normal oder habe ich hier einen bug das ist doch nicht normal dass die feuer nach fünf sekunden ausgehen jetzt ist mein Fisch kaputt alter ich gebe es auf das ist ich fresse einfach rohes fleisch jetzt so das ist sehr nahrhaft und proteinreich das ist doch nicht normal was ist mit den feuern los du hast hunger ja natürlich die stats halten auch sehr lange alter schwede ey das ist aber erst seit dem letzten patch oder also das ist ganz ehrlich das kann doch nicht normal sein waren wir hier schon müssen wir hier lang achso hier war nichts weiter nee also ich kann mir nicht vorstellen dass das normal ist weil an der stelle war es ja jetzt auch nicht nass alter bitte keine respawnenden gegner das wäre sehr nett alter ich hatte gerade das gefühl mir läuft was hinterher oh der felsen war gerade dran der felsen ist transparent glaube ich schön so dann müssen wir glaube ich jetzt hier in die richtung weiter so und ich will natürlich immer jeden winkel so ein bisschen abgrasen um zu gucken ob da nicht irgendwas von interesse ist also ich bin schon paranoid ich sehe hier überall irgendwas da hinten ist ein gang und hier geht es wohl nicht weiter da liegt irgendwas totes Und da unten schwimmt ein Hai Ja Mensch Es ist Haiko So, das Seil haben wir natürlich voll Ja, Arme und Beine nehme ich gern mit Arme und Beine finde ich fein Ja, wie viele Arme und Beine kann man eigentlich tragen? Oh, was haben wir hier? Stoff Das ist schon mal sehr nett Oh, ein paar Knöchelchen sind auch nicht verkehrt Kann man ein bisschen, äh Hallo Tauchgerät Ja, das hat sich ja schon gelohnt Wir haben ein Tauchgerät gefunden Das heißt, wir müssen bestimmt bei Haiko unten durch So, Energy Drink Stoff können wir mitnehmen Ja Mensch, Tauchgerät Das sollte uns bestimmt noch nützlich werden Wo ist denn das eigentlich im Moment? Da hinten irgendwas, das sehe ich gar nicht Ach, hier ist es Das ist nur die Map Buch Parallelwelten Aha Ach, da ist das Tauchgerät Und wir haben nur eine Flasche Also zusätzlich wahrscheinlich Alter, ich hab schon wieder Hunger Willst du mich eigentlich verarschen? Das kann doch nicht wahr sein Ey, wie schnell gehen denn diese scheiß Werte runter? Sag mal Der ist... Du bist ja den ganzen Tag nur noch am Fressen So Jetzt haben wir das Tauchgerät Das müssen wir bestimmt da unten durch Aber ich glaube Vorher müssen wir natürlich den Haiko erstmal erledigen Weil ich hab natürlich keine Lust jetzt, äh Direkt von ihm weggesnackt zu werden Wenn wir gerade dieses schöne Tauchgerät gefunden haben Was machen wir hier noch? Energiedrink Bisschen Draht Bisschen Draht ist akkurat Ne, mit Kreuz kann man den glaube ich nicht zur Leibe rücken So Okay, das macht ihm nichts Zwei Schuss reichen Ach so So, gut So Mal gucken, ob das auch wirklich der Einzige war Ich möchte jetzt nicht unangenehm überrascht werden Da sind auf einmal zwei gewesen Ich glaube, er war der Einzige Ja gut, looten können wir ihn jetzt nicht Na gut Dann würde ich sagen Wir tauchen mal ab Oh, das ist ja cool Meine Anzeige Oxygen Ich hoffe, das hält auch ein Weilchen So Ich weiß nicht, wo wir jetzt rauskommen Ich hoffe, dass das jetzt nicht allzu lang wird mit dem Tauchen Aber schon sehr cool mit diesem Diesem versunkenen Höhlensystem hier Äh, äh, hallo Oh Oh scheiße, wir sind im Ozean Oh oh Da gibt's noch Haie Da gibt's noch Haie Schnell Wir sind schnell an Land Fuck ja, Alter Da kommt Alter, da kommt's ja mitten im Ozean raus Wir haben die Höhle Wir haben die Höhle geschafft Und wir haben jetzt einen Taser Und wir haben ein Tauchgerät Nice Das war gar nicht mal so erfolglos Wie spät ist das jetzt eigentlich Oh, es ist 4 Uhr 15 Dann würde ich sagen Wir gehen mal zurück nach Hause Mal sehen, was wieder alles auf uns wartet Auf dem Weg Wir könnten natürlich mal Wo ist denn dieses wunderschöne Werkzeug Ein Betäubungsgewehr Naja, ich würde's ja Taser nennen Kann ich mir ein Ding nicht zielen? Wie scheiße ist das denn? Wie dead it? Immer so? Das ist ja total doof So, warte mal Wir sind gerade am Fluss Dann kann man auch gleich mal was trinken So, dann haben wir wieder eine Höhle abgearbeitet Ich freu mich Und diesmal lief's wesentlich besser Trotzdem, dass wir Unsere göttliche Unverwundbarkeit abgelegt haben Lief das relativ gut Jetzt müssen wir nur noch im Ganzen wieder Ja, natürlich Da ist wieder die Strandbrigade Ich geh einfach mal weiter Es geht mich das nichts an Da hinten drin noch mehr rum Ja, also ist total sicher alles hier Hallo Toll Kannst du mal bitte warten Ich will was ausprobieren So Ist er jetzt tot? Nö Jetzt ist er tot So Okay Tesa funktioniert Bob leuchtet blau Glaube ich Man sieht ihn schon von Weitem Was ist da los? So Ich hoffe die leben alle noch Ja Ja und dann haben wir es geschafft Für die Folge glaube ich Also dann wird die wahrscheinlich diesmal etwas kürzer Erstmal gucken ob Bob auch wirklich noch lebt Und atmet Hallo Ich würde gerne die Tür wieder zumachen Äh Bob Ähm Wie? Alter Wie? Wie kommt er da hoch? Ich hab keine Treppe Es gibt keine Treppe zu dem Haus Naja Mensch Bob Da oben ist auf jeden Fall sicher Bis Gott ein Stück näher Oh Gott Alter Forrest Alter Backfrei seit 2,3 Das ist wirklich Ein Howlight Ein Highlight So Haben wir noch Fleisch was wir aufhängen können? Ich glaube ein bisschen was hat man noch Da Okay Ach ne Das hat man ja alles roh gegessen Auch weiß ich Hänge mir mal so ein Beinchen auf hier Das ist bestimmt was Feines Bisschen Kannibalismus hat noch niemanden geschadet So Energy Eigentlich muss man pennen gehen Aber dann Da pennen wir wahrscheinlich den halben Tag So Bob ist auf dem Dach Ich hab Bob extra hier noch ein Bettchen gebaut Jetzt Renn der da auf dem Dach rum Der Depp So Wie spät ist es jetzt? 7.31 Weiß ich Okay Wir haben noch ein bisschen was geschlafen Das ist sehr gut Speichern würde ich gerne auch noch Machen wir mal einen neuen Spielstand Ja das mit dem Feuer Ich weiß nicht Also jetzt ist es ja wirklich trocken Kann es sein dass der Winter vorbei ist? Habe ich jetzt gar nicht drauf geachtet Aber ich glaube Ja der Winter ist vorbei Ach schön So Ich frag mir mal ein Bein Denn das finde ich fein Sieht schön aus Wie dieses Bein da aus dem Feuer guckt Hat was So Bob dreht oben jetzt seine Runden Oder was? Ich glaub der Äh ja Der Brennt da oben rum Ich muss aufpassen Dass ich nicht ins Feuer renne So So ich würde sagen Wir fressen mal Menschenfleisch Oder? Was kann schon passieren? Oh hallo Hallo ich würde gern Guckt Bein Collected So Können wir das jetzt essen? Wo sind wir das jetzt eigentlich In dem Inventar? Kann ich das nicht essen? Hallo ich möchte Wein essen Essen Mit rechter Maustaste Hau rein Es ist Bein Keine Kotzanimation Okay Ihm hat es geschmeckt Na dann In diesem Sinne würde ich sagen Vielen Dank fürs Zuschauen Bis zur nächsten Folge Mal sehen Was wir dann machen Ich glaube wir erkunden Die Unsel Die Insel wollte ich natürlich sagen Ein Stückchen weiter Ja Und ihr seid wieder mit dabei Hoffe ich Also bis zum nächsten Mal Lasst es euch gut gehen Und ciao Tschüssi